Heute geht es um einen ganz besonderen ETF, den ETF mit dem Börsensymbol S-Woll. Dieser vergleichsweise neue ETF erlaubt es Anlegern, sich die Veränderungen von Volatilität an den Märkten zunutze zu machen. Der vorgestellte Volatility Premium ETF von Simplify ist aus der Gruppe der Options-ETFs und diese zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie einen hohen, regelmäßigen, monatlichen Cashflow generieren. Ein Options-ETF, der sich Volatilitätsveränderungen zunutze macht, gehört zu den komplexeren Wertpapieren. Oftmals kann man diese ignorieren. Hier kann jedoch eine Ausnahme vorliegen und daher wollen wir uns die Funktionsweise des Volatility Premium ETFs von Simplify im Detail ansehen, um dessen Vor- und Nachteile zu verstehen. In mehreren Kommentaren wurden wir gebeten, einmal den Volatility Premium ETF von Simplify näher zu untersuchen. Wir finden die Kategorie von Options-ETFs per se spannend, sind wir doch selbst Optionshändler. Und als Optionshändler nutzen wir selbst vor allem Strategien, bei denen wir Optionen verkaufen. Was bedeutet das denn eigentlich? Als Verkäufer von Optionen sind wir sogenannte Stillhalter. Der Stillhalter erhält für den Optionsverkauf eine Prämie, so wie eine Versicherung von den Versicherungsnehmern eine Prämie erhält. Die Prämie darf der Stillhalter auf jeden Fall behalten, egal was nach dem Verkauf der Option mit dem Basiswert passiert. Über die Zeit, die die Option existiert, man nennt das Restlaufzeit, profitiert der Stillhalter vom Zeitwertverfall der Option. Gleichzeitig ist der Stillhalter aber weiteren Einflussfaktoren ausgesetzt, wie der Kursschwankung des Basiswerts. Dabei kann sich der Stillhalter gezielt Kursschwankungen zunutze machen. Und so können Stillhalter also auch die Veränderung der Volatilität nutzen, um positive Renditen zu erzielen. Für den Einstieg in den Optionshandel ist das für manche etwas komplex. Und daher ist es spannend, dass es inzwischen diverse Anbieter am Markt gibt, die hoch ausschüttende ETFs auflegen, um so vereinfacht Anlegern einen regelmäßigen Cashflow zu ermöglichen. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Lass uns also mal den Volatility Premium ETF von Simplify genauer anschauen und verstehen, wie dieser ETF mit Hilfe von Volatilitätsveränderungen Erträge erzielt und Risiken managt. Um dieses Thema in einen Kontext zu setzen, wollen wir erst schauen, warum Trader und Investoren möglicherweise Interesse daran haben, auf den Handel von Volatilität zu setzen. Dir ist sicherlich der WIX-Index bekannt, den man auch als Volatilitätsindex oder Angstbarometer bezeichnet. Der WIX spiegelt die erwartete Schwankungsbreite des S&P 500 Index wieder, da in seiner Berechnung die Bepreisung von Optionen auf den S&P 500 Index einfließt. Wenn Panik am Markt herrscht, ist die Nachfrage von Optionen, zum Beispiel als Absicherungsinstrument, hoch. Dem Prinzip von Angebot und Nachfrage folgend, steigen die Optionspreise wegen hoher Nachfrage zu Panikzeiten. Den hohen Optionspreisen folgt dann der Volatilitätsindex WIX und steigt. Wenn sich die Märkte wieder beruhigen, sinkt die Nachfrage nach Optionen auf den S&P 500 Index und folglich sinkt auch der WIX. Diese Schwankungen der Volatilität nutzen wir als Optionshändler auf der Stillhalterseite, indem wir die Volatilität mit leer verkauften Optionen shorten. Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, von einer abfallenden Volatilität zu profitieren, nämlich den Handel von Short-Positionen auf den Volatilitätsindex WIX selbst. Und damit kommen wir zu einem speziellen Produkt, das die Volatilität in den Vordergrund stellt. Der Volatilität Premium ETF von Simplify. Dieser ETF ermöglicht es Anlegern, in eine Strategie zu investieren, die an der Volatilität am Aktienmarkt orientiert ist und darauf abzielt, stabile, hohe Ausschüttungen von 15 bis 20 Prozent pro Jahr zu erzielen. Der Simplify Volatilität Premium ETF, kurz S-Wol, ist somit ein börsengehandelter Fonds, der sich darauf spezialisiert, an der Volatilität des Marktes zu verdienen. S-Wol verfolgt eine sogenannte Short-Volatilitätsstrategie, die auf einen Rückgang der Marktvolatilität setzt. Der ETF macht das, indem er WIX Futures leer verkauft. Diese Strategie ist anspruchsvoll, da ein plötzlicher Anstieg des WIX einen deutlichen Wertverlust bedeuten kann. S-Wol hat jedoch einige besondere Mechanismen, um das Risiko zu begrenzen. Der S-Wol baut sein Portfolio so auf, dass etwa 20 bis 30 Prozent des Fondsvolumen in leer verkaufte WIX Futures angelegt sind. Damit profitiert der ETF, wenn die Volatilität und damit auch die WIX Futures Kontrakte fallen. Im Vergleich zu anderen Short-Volatilitäts-ETFs verteilt S-Wol diese Leerverkäufe über die sogenannte WIX Futures Terminstruktur. Das bedeutet, dass S-Wol nicht nur die vorderste Laufzeit der WIX Futures shortet, sondern auch Kontrakte mit späterem Verfall. Der Vorteil des S-Wol ist somit die flexible Nutzung verschiedener WIX Futures Laufzeiten, was zu einem besseren Risikoprofil gegenüber herkömmlichen Short-WIX-Produkten führt. Damit profitiert der ETF nicht nur vom Abfall der Volatilität, sondern auch von Rollgewinnen, wenn die Terminstrukturkurve einen Contango-Verlauf zeigt, also wenn die Kontrakte mit späterem Verfall teurer sind als die Kontrakte mit früherem Verfall. Die übrigen 70 bis 80 Prozent des Portfolios sind in risikoärmere Anleihen investiert, was dem Fonds eine stabile Basis geben soll und das Verlustrisiko bei plötzlichen Volatilitätsspitzen begrenzen soll. Interessant ist, dass der Fonds zusätzlich zur Short-Position auf WIX Futures jährlich ca. 2 bis 4 Prozent seines Portfolios in Hedging-Positionen investiert, um sich gegen plötzliche Volatilitätsspitzen zu schützen. Diese Hedges umfassen im Wesentlichen den Kauf von weit aus dem Geld liegenden Call-Optionen auf den WIX. Der S-Wall soll damit Anlegern eine alternative Ertragsquelle bieten, die als stabilisierendes Element in einem diversifizierten Portfolio dienen kann. Anfang August dieses Jahres konnte der ETF seine verlustbegrenzende Strategie testen, als die Märkte kurzzeitig hohe Schwankungen zeigten. Wenn man sich die Veränderung des WIX und des S-Wall im Zeitraum vom 31. Juli bis 5. August anschaut, kann man feststellen, dass der S-Wall vergleichsweise gut durch diese Zeit gekommen ist. Vom 31. Juli 2024 bis zum 5. August 2024 stieg der WIX um 65 Prozent, während der S-Wall lediglich um 10,2 Prozent fiel. Trotz des höchsten Intraday-Standes des WIX am 5. August, nämlich ein Anstieg von 308 Prozent seit dem 31. Juli 2024, war der maximale Rückgang des S-Wall auf 13 Prozent Intraday begrenzt. Hier hat also die Hedge-Wirkung der Long Call seine Wirkung gezeigt. Schauen wir uns das Factsheet des ETFs an, das man auf der Homepage von Simplify einsehen kann. Der ETF wurde im Mai 2021 aufgelegt und gehört damit eher zu den neuen Produkten am Markt. Die Aussagen zur Performance des ETFs sind aufgrund der relativ geringen Fondshistorie also durchaus mit Vorsicht zu genießen und auf keinen Fall auf die Zukunft übertragbar. Interessant ist jedoch, dass der ETF offenbar sehr gut bei den Investoren ankommt, denn inzwischen sind mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar in den ETF investiert. Besonders attraktiv bei Anlegern sind die monatlichen Ausschüttungen. Die Ausschüttungsquote lag Ende September 2024 bei circa 15 Prozent pro Jahr. Seit seiner Auflegung im Mai 2021 konnte der ETF in Summe aus Kurs, Performance und Ausschüttungen eine jährliche Rendite von durchschnittlich knapp 12 Prozent einfallen. Wie gesagt, die Historie ist allerdings nicht besonders aussagekräftig für die zukünftige Entwicklung. Zu bemängeln ist, dass der ETF Stand Oktober 2024 eine außergewöhnlich hohe Kostenquote von 1,16 Prozent aufweist. Dies beinhaltet die Managementgebühren, aber auch weitere Gebühren, die mit der Handelsstrategie des Fonds zusammenhängen. Damit sind die Kosten deutlich höher als bei einfachen Index-ETFs, die häufig weniger als ein Fünftel bis ein Zehntel der Kosten aufrufen. Damit liegt dieser ETF kostenseitig schon in einer ähnlichen Größenordnung wie klassische aktiv gemanagte Investmentfonds. Fraglich bleibt, ob der Fonds auch in Zukunft die hohe Ausschüttungsrendite von 15 bis 20 Prozent pro Jahr aufrechterhalten kann. In Zukunft werden die Zinsen fallen, was nachteilig für den Anleihebaustein im ETF sein wird. Wenn es außerdem längere Phasen mit erhöhter Volatilität und gegebenenfalls sogar eine Backwardation-Situation geben sollte, wie wir es derzeit aufgrund der US-Wahlen in der WIX-Terminstrukturkurve sehen, kann das Fondsmanagement möglicherweise gezwungen sein, die Ausschüttungen zu reduzieren. Ein weiterer Nachteil ist, dass der ETF den Beschränkungen der MIFID-2-Richtlinie unterlegt, sodass dieser nicht offiziell für Privatanleger in der EU handelbar ist. Es gibt jedoch ein Workaround, den wir sehr häufig in unseren Depots nutzen. Die gute Nachricht ist nämlich, dass man Optionen auf den ETF handeln kann. Wenn man beispielsweise kurslaufende At-the-Money-Put-Optionen auf S-Wolf verkauft und der Kurs am Verfallstag unter dem Strike des Puts schließt, bekommt man trotz MIFID-2-Beschränkung 100 Anteile pro Kooptionskontakt vom ETF ins Depot gebucht und diese Position verbleibt auch im Depot, bis sie vom Anleger verkauft wird. Voraussetzung ist natürlich, dass man einen Broker hat, der den kostengünstigen Optionshandel zulässt. Aber zur Erinnerung, wir empfehlen nicht den Handel von US-ETFs. Wir finden, dass dieser ETF eine interessante Ergänzung für ein ausschüttendes ETF-Portfolio sein kann. Die Anlagestrategie im ETF stellt sicher, dass man trotz Short-Volatilitätsexpositionen die Buchverluste in Grenzen hält. Wichtig zu bemerken ist allerdings die vergleichsweise kurze Historie des ETFs, verbunden mit der Frage, wie der ETF wohl in einem Crash performen wird. Uns interessiert, was du von dem Volatilitätsprodukt hältst. Bist du vielleicht schon in diesem ETF investiert und was sind deine Erfahrungen damit? Lass uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Bis dahin, alles Gute, dein Optionsweltenteam.